Okay, dann begrüße ich Sie zu der, ich glaube, 15. Vorlesung oder 16. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Also erstmal danke für den Hinweis, weil es stimmt, hier war der Fehler. Das ist wirklich 0,75. Vorher stand hier 0,25 Ausfallwahrscheinlichkeit. Und mit 0,75 kommen die Zahlen auch hin. Also, wo waren wir? Wir haben ja besprochen, dass wir mit diesen Erasure-Codes ganz gut arbeiten können und wir mit diesen Erasure-Codes, indem wir erstmal aus dem Objekt k viele Symbole erzeugen, indem wir es einfach aufteilen, daraus n viele Symbole kodieren und es ausreicht, k minus n viele Symbole wiederzubekommen. Also n minus k können ausfallen und wir können die Daten wieder herstellen. Genau, und da hatten wir das Beispiel mit diesem, genau, wie ist die Ausfallwahrscheinlichkeit bei dem einfachen Replikation? Nun, sagen wir mal, wir haben die dreifache Replikation, also drei Kopien. Dann reicht es, wenn die Ausfallwahrscheinlichkeit hoch 3 auftritt und dann sind die Daten weg. Und beim anderen, das hier stellt dar, also hier kann man berechnen, wie die Ausfallwahrscheinlichkeit ist, dass n minus k, mindestens n minus k, viele Symbole ausfallen. Und das tritt eben dann ein, wenn wir, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Knoten noch am Leben bleiben. Und das wird hier durchiteriert von k minus j, also mindestens eins weniger soll ausfallen, bis k minus k, also dass alle Knoten, die eine Kopie hatten, ausfallen. Das sind die, und das sind die zugehörigen Gegenwahrscheinlichkeiten, dass hier dieser Teil ausfällt, dieser Teil am Leben bleibt, aber immer nur so viele, dass das entweder 0 am Leben bleiben bis k minus 1. Und dieser Faktor beschreibt einfach, welche der k aus den n ausfallen. Da gibt es auch verschiedene Varianten, aber das ist das Wichtige in der Summe, dass wir alle Optionen, alle Wahrscheinlichkeiten aufsummieren, dass eben 0 bis k minus 1 im Netzwerk verbleiben und wir dadurch nicht ganze k haben, um das wiederherzustellen. Und mit diesem Beispiel, der Ausfallwahrscheinlichkeit von 75%, was eigentlich ja schon recht hoch ist, kriegen wir entweder mit 5 Kopien eine Verfügbarkeit hin von 0, also von 76% oder wenn wir 999, äh 399 haben wollen, dann brauchen wir 24 Kopien. Und dazu eben das Pendant, wenn wir dieselbe Ausfallwahrscheinlichkeit haben wollen, reicht uns eine Overhead von 5, also fünffache Menge oder im Gegensatz, also entweder gleiche Kosten, aber deutlich höhere Ausfallwahrscheinlichkeit oder gleiche Ausfallwahrscheinlichkeit und deutlich niedrigere Kosten. Das ist das Nette. Und dann sind wir dazu übergegangen, wie können wir überprüfen, wenn wir diese 517 Blöcke haben, von denen wir 100 wiederherstellen können wollen, wie überprüfen wir, dass es wirklich noch mindestens 100 Blöcke gibt. Der einfachste Ansatz, also jetzt lernen wir diese vier kennen, Moment, da wo ist die Übersicht, jetzt steigen wir quasi ein in diese rote Achse, nee, in die blaue Achse, das IGA, der IGA-Ansatz, der sieht vor, dass wir periodisch, alle x Minuten, alle 517 Blöcke durchgehen und schauen, ob die fehlen und jeden fehlenden Block einmal austauschen. Da gibt es noch eine kleine Optimierung, die hier unten skizziert wird. Es kann ja auch sein, dass der Knoten nur kurz offline ist, dann soll der Block nicht ersetzt werden, sondern man soll immer eine gewisse Wartezeit abwarten oder Timeout und erst wenn ein Knoten für diese Timeout als offline beobachtet wurde, dann soll es erst ersetzt werden. So in der Annahme, dass falls der nur kurz offline ist, dass der Block wieder von selbst zurückkommt. Okay, insgesamt ist es aber sehr teuer, weil wir eben periodisch immer diese Kosten haben, unabhängig davon, ob die Blöcke fehlen oder nicht. Und wenn wir selbst ein sehr stabiles Netzwerk haben, wir immer wieder diese Kosten haben und das eben teuer ist für 517 Lookups und zugehörige, ja, periodische Kosten. Der nächste Ansatz wäre der Lazy Maintenance Ansatz, der mit einer Art Schwellwert arbeitet. Das heißt, auch hier wird periodisch geprüft, ob die Blöcke fehlen. Das heißt, das wird wieder alle 10 Minuten vielleicht geschaut, sind die 517 Blöcke da, aber es wird nicht gleich ersetzt, sondern man wartet einfach. Und man prüft immer mal wieder und erst wenn dieser Schwellwert unterschritten wird, das heißt, die Anzahl der verfügbaren korrekten Blöcke unter vielleicht 200 fällt, dann erst ersetzen wir alle Blöcke, die fehlen. Und das führt eben zu diesen Beobachtungen, dass es peaky ist, das heißt, wir haben eine Weile lang nur den Beobachtungstraffic und dann fallen wir unter den Schwellwert, dann gibt es dann viel Kosten, senkt dann wieder runter, dann warten wir wieder und das sind dann immer so einzelne Peaks, einzelne Ausreißer in dem Traffic, die erzeugt werden. Insgesamt spart es aber dennoch Bandbreite, weil eben länger gewartet wird, ob der Knoten wieder zurückkommt. Das kann ja sein, dass der für eine längere Zeit eben offline ist, aber innerhalb einer, also bevor die Daten noch erneuert werden, der wieder online kommt und den Block wieder beisteuern kann. Was ist das noch für ein Problem? Das ist ein bisschen komplex, wir müssen den Zustand halten, also welcher Knoten, welche Blöcke jetzt da sind und können das nicht einfach vergessen, sondern wir müssen eben über eine Längeperiode dazu ein Buch führen und das erzeugt auch eben ein Overhead. Ist aber dennoch günstiger als dieses IGA Maintenance, weil es eben mehr Zeit lässt, dass die Knoten wieder zurückkommen können. Das ist quasi der zweite Ansatz, diese Replikate zu erkennen. Der dritte Ansatz ist das Randomized Lazy Maintenance. Das hat das Ziel, dass quasi man gar nicht unbedingt sicherstellen muss, dass alle 517 Blöcke da sind, sondern es ja auch ausreicht, wenn nur 100 oder ausreichend viele Blöcke da sind. Und das geht dann wie folgt vor, es definiert sich auch ein Schwellwert und man setzt sich das Ziel, dass man nicht alle 517 prüft, sondern man will diese Zahl schon reduzieren und man will nur so viele Blöcke prüfen, bis man eben diesen Schwellwert erreicht hat. Das heißt, es kann sein, dass wir, das sind hier in der Summe, diese vier Kolonnen sind 517 Blöcke, aber wir prüfen nur die ersten, also hier Punkt, 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 die ersten 250, weil wir dann in Summe, diese roten Blöcke haben in Summe, diesen Schwellwert ergeben, also das ist der letzte Block, der den Schwellwert erreicht, so dass wir genau Schwellwert viele lebende Blöcke entdeckt haben, aber auch auf unserem Weg, in dem wir jeden dieser Blöcke bis dahin geprüft haben, auch fehlende Blöcke entdeckt haben. Und was jetzt mit den Blöcken 251 bis 517 passiert, ist uns dann egal. Wir erneuern nur die fehlenden Blöcke, die wir gefunden haben, auf den Weg, um eben diese Mindestanzahl von lebenden Blöcken zu finden. Das hat den Vorteil, dass wir wirklich nicht jedes, nicht immer den gesamten, nicht alle Blöcke abgrasen müssen, das heißt periodisch die Kosten einfach geringer sind und dass dabei auch nicht solche Peaks entstehen, sondern einfach nur in diesem Fall vielleicht fünf Blöcke ausgetauscht werden, weil sie einfach in dieser Zwischenzeit ausgefallen sind, seit der letzten Erneuerung. Okay. Das heißt, wie sieht das dann im Verhältnis aus? Also wenn man sich das Scope ansieht, wie die Anzahl der Replikate in dem Netzwerk ist, dann ist das hier auf der X-Achse dargestellt und auf der Y-Achse ist angegeben, wie die Wahrscheinlichkeit für die verschiedenen einzelnen Dateien sind. Ja, also hier das Blaue, das stellt quasi dar, dass die meisten Datenobjekte hier so ein, vielleicht ein Soll-Redundancy von, ich weiß nicht, 32 haben, aber mindestens, vielleicht, was weiß ich, hier sieben, und es wird sichergestellt, dass im Durchschnitt einfach eine höhere Anzahl von Blöcken im Netzwerk vorhanden ist, weil einfach immer bei dieser periodischen Suche die paar wenige, die ausgefallen sind, erneuert werden. Und dazu im Verhältnis, dieses Deterministic-Lazy, also das, was wir vorher hatten, das nur bei den Schwellwerten, also erstmal alle 517 prüft, und wenn nur noch 200 verfügbar sind, dann werden alle erneuert. Das führt dazu, dass quasi mit der Zeit immer mehr Blöcke wegfallen und in die Nähe des Schwellwerts rutschen. Ja, weil erst ab, wenn es unter den Schwellwert fällt, wird es erneuert, und dann haben wir einen großen Hügel neben dem Schwellwert und einen halbwegs größeren Hügel um die Zahl herum, wenn alle Blöcke erneuert sind. Das heißt, mit diesem Randomized-Lazy ist man viel, hat weniger Kosten und hat eine höhere Verfügbarkeit eigentlich erzeugt und ist daher eigentlich besser geeignet. Okay, wie kann man das noch als vierten Ansatz gehen? Jetzt hatten wir quasi Eager Maintenance, Deterministic Lazy und Randomized Lazy und der vierte Ansatz, dieses Proactive, das arbeitet so, dass man einfach annimmt, dass der Speicherplatz gar nicht ein Problem ist. Also das ist nicht das Problem, sondern wir wollen nur sicherstellen, dass die Knoten nicht zu viel Bandbreit verbrauchen. Das ist das Einzige, was Sie limitieren könnte. Und daher ist die Grundidee, dass man einfach wahllos unendlich viele Kopien erzeugt, bis zu einer ganz riesigen Zahl, also vielleicht eben nicht 517, sondern 1000 oder 1500, weil hat man wirklich genug Puffer und einfach über diese schiere Anzahl das abdeckt und man gar nicht versucht zu prüfen, ob denn die bestehenden Blöcke überhaupt noch offline sind. Das ist so der Ansatz. Hat natürlich auch einen Nachteil, was ist der Nachteil? Der Nachteil ist, dass die Suchzeiten dann länger sind. Also wenn ich jetzt 1500 Blöcke statt 517 einspeise und von denen sind die Hälfte offline, dann habe ich einfach viele, viele, viele ohne zu Lookups und das wird mit der Zeit ja immer schlimmer. Ist aber auch ein Ansatz, um die Verfügbarkeit sicherzustellen. Okay. Eine andere Frage, die sich noch stellt, wie sieht es denn aus, wenn Knoten wieder online kommen? Das ist so ein allgemeines Problem, das man ja eigentlich immer hat. Wenn Knoten offline gegangen sind, für das Netzwerk dann die Daten verloren gegangen sind und die kommen jetzt wieder, wie sollen sie damit umgehen? Sollen sie als neue Replikationsknoten mit einsteigen? Informieren sie jemanden? Oder sollten sie die Daten vielleicht sogar besser löschen? Und das unterscheidet sich dann auch, welche, ja, also die Lösungskomplexität, also wie würden sie denn vorgehen? Wenn sie jetzt neu online kommen und sie wissen nicht, wie viele Replikate von dem Objekt es schon gibt, wie viele Blöcke schon drin sind und ob ihr Block benötigt wird. Was gibt es denn da so für Vor- und Nachteile? Was meinen sie denn? Wann sollte man Daten löschen oder sollte man die eher behalten? Ja. 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 Was müssen sie denn dann machen? Also, dann haben sie die Daten, aber die anderen wissen vielleicht noch nichts davon. Ja. Also, ja. Okay, also, genau, also, der Vorteil, okay, der Vorteil des Behaltens wäre ja, dass man sie nicht erneut senden muss und man Wannbreite spart. Der Vorteil des Löschens ist, dass man gar nicht, dass man die Replikationsalgorithmen stark vereinfacht, weil man nicht mehr berücksichtigen muss, ob der neu ankommende Knoten die Daten schon hat oder nicht, sondern man geht einfach pauschal davon aus, die haben es nicht, die müssen sie bekommen und dann werden alle gleich behandelt. Da muss man keine Fallunterscheidung einführen und die Fallunterscheidung würde auch noch dahingehend weitergehen, wenn wir Updates berücksichtigen würden, das heißt, die zu replizierenden Daten sich ändern können. Da müssen wir abwägen, welchen Versionsstatus hat der neu hinzukommende Knoten, also hat er veraltete Daten, hat er aktuelle Daten, hat er sogar noch neuere Daten, als die Replikationsknoten haben und indem man das einfach verwirft, sorgt man dafür, dass alle auf demselben Stand sind und alle Online-Knoten sich synchronisieren und man nicht mit veralteter Information sich herumschlagen muss oder alles abgeben muss. Genau, also man kann einfach ganz pauschal davon ausgehen, dass die Online-Knoten sich aktuell halten und sichergestellt wird, dass die Verfügbarkeit da ist und die neuen Knoten einfach als leere Speicher betrachtet werden und zusätzlich helfen, aber das Grundziel der Verfügbarkeit, dafür sollen sie keine Aufgaben haben. Genau, und also eigentlich würde ich eher dazu tendieren, beziehungsweise auch in der Literatur häufiger, dass man die Daten verwirft und sich einfach neu synchronisiert, weil man vieles verpasst hat, man nicht auf dem neuesten aktuellen Stand ist, aber die Online-Knoten schon. Wo man sich dann auch nicht Gedanken machen muss über Duplikate oder zu viele Replikate oder dass man sich in die bestehende Replikationsordnung einfügen muss, dass man anderen informieren muss, dass man doch die Daten hat. Das übernehmen die dann schon und aktualisieren auch ihre Metadaten. Okay. Das ist einmal zu den ganzen theoretischen Hintergründen. Also jetzt hatten wir quasi abgedeckt diese verschiedenen Richtungen. Da hatten wir ja hier mit dem Key-Based hatten wir die einfachen ID-basierten, also wo der Hash, wo es die verschiedenen IDs gibt, die entweder Hash-basiert sind oder die aus anderen Daten ergeben. Und einfach in verschiedenen Positionen das gespeichert wird. Beim Selected wird es auf Knoten um die Ziel-ID herumgesetzt. Das war ja mit Past gegeben, das ist ein Replica-Set. Da weiß man nicht, wie die zuständigen Knoten, was die für IDs haben. Das ist auch egal. Es ist aber nur wichtig, dass sie in der Nähe sind. Random hatten wir jetzt nicht ganz besprochen. Und dann hatten wir diese ganze Ausrichtung, also eigentlich hatten wir Replication und Erasure kurz betrachtet, als gegensätzliche Lösungsoption und auf Replication und Erasure-Codes lässt sich diese Achse auch anwenden. Das heißt, das ist auch wahrscheinlich so ein Punkt, der relevant wird. Okay, und jetzt schauen wir uns mal, wie sehen die Vorschläge aus, die es bisher gab, so ein P2P-Dateisystem aufs Run-Roll-Speichersystem. Da lernen wir jetzt drei kennen. Einmal das Corporate Defilesystem, das ist auch relevant, weil es auch von den Core-Autoren ist, als einer der ersten Lösungsverfahren. Und dann zwei Alternativen werden wir auch noch betrachten, Ivy und Ocean Store. Okay, also was ist der Hintergrund? Also auch von den Entwicklern von Core-Autoren, eins der ersten, hat dann als Fokus und als Einschränkung so eine Art Read-Only. Also es darf nur einen Sender geben, nur einer darf schreiben. Das vereinfacht halt vieles. Und das soll hauptsächlich zum Lesen ausgelegt sein. Es werden auch hier Blöcke erzeugt. Das heißt, man zersplittert die Dateien in gleich große Blöcke und hat als Ziel gehabt, dass die Last auf die Knoten verteilt ist. Also das ist auch eine Folge dieser Aufteilung nach den Blöcken. Und wie sieht diese einfache, achso, wie sieht diese einfache Lösung aus? Was sind dann noch für Ziele? Natürlich Verfügbarkeit soll da sein. Das Szenario, in dem solche Fälle diskutiert wurden, damals sind immer so irgendwelche Katastrophenszenarien, der Server fällt aus und die Knoten sollen selbst organisierend das gestalten. Und das Ganze soll noch nach den Qualitäten der Knoten gebalanced sein. Die Daten sollen immer da sein. Man soll auch Quotas einführen können. Man hat ja nur einen Schreibenden. Also es ist nicht so kompliziert. Und das Ganze soll genauso effizient sein wie FTP. Das waren die Ziele. Wie ist der Grundgedanke? Der Grundgedanke vom Aufbau her ist, dass man erstmal Cord als da unterliegendes Overlay hat. Das ist oft der Fall, dass man, nicht Cord, aber dass man einfach eine DHT annimmt, auf der man on top so einen verteilten Datenspeicher realisiert. Also es gibt eine Architekturebene, die sich nur um das Speichern kümmert, die die untere Lookup-Funktionalität nutzt und hier oben eben all die speicherrelevanten Befehle umsetzt. Was wurde noch ergänzt? Ergänzt wurde noch, dass man nicht nur ein Successor hat, sondern eher viele. Das trägt zur Stabilität bei. Also wenn Sie, das hatten wir ja auch, hatten wir das? Ne, das hatten wir nicht, aber das ist allgemein eine der Schwächen for Cord gewesen, dass wenn der Successor oder der Predecessor wegfällt, das schwierig wird zu reparieren. Und wenn es bei vielen Knoten passiert, es einfach zu unerwünschten Effekten kommen kann. Das kann sich dann nicht immer stabilisieren. Und wenn man da eine Vielzahl einführt, dann hat man eben einen Ausfall, höhere Ausfallwahrscheinlichkeit. Okay. Genau, was machen die, wie ist die Nutzung? Es gibt nur einen Nutzer, also es gibt verschiedene Lesende und man hat es angenommen, dass diese Knoten auch längerfristig im Netzwerk, wie in diesem Cord-Netzwerk, bestehen. Okay, wie ist dann der Aufbau? Einmal wieder das Klassische, man teilt die Datei in Blöcke auf, weil wenn ich jetzt so eine 2 GB Datei habe und teile die in 1 MB Blöcke auf, dann ist alles gleich verteilt, kein Knoten ist überlastet, alle haben durchschnittlich dieselbe Last. Jede dieser Blöcke wird K-mal repliziert und wir haben jetzt zwei Arten von Blöcken. Also jetzt geht es darum, wie man den Zugriff und das Auffinden von Daten realisiert. Es gibt zwei Arten von Blöcken. Einmal, es gibt diese Content-Blöcke, die identifiziert werden durch die Hashes ihrer Inhalte. Das heißt, wenn ich jetzt einen Block plus von 1 MB habe, dann hashe ich das und diese einzigartige Bitfolge, die die 1 MB ausmachen, findet sich unter Hash so und so. Das hat den Vorteil, das hatten wir schon mal angesprochen, wenn wir zwei Dateien haben, die zufällig den selben Block haben, in der Mitte, weil der nur aus Nullen besteht oder so, dann wird dieser Block nur einmal gespeichert und nicht zweimal. Das hat also noch ein bisschen Speichereffizienz als Folge. Und es hat außerdem als Folge, dass die Inhalte unter einer ID sich nicht ändern können. Das heißt, wenn ich die Annahme setze, dass eben unter diesem Block X genau diese Datei ist, dann wird sich das niemals ändern, weil jeder andere Block mit anderen Inhalten eben eine andere ID erhält. Also wenn ich das hier austausche und ein Y daraus mache, weil ich die Datei editiert habe, dann ergibt es einfach einen anderen Block. Das heißt, ich muss mir nicht Gedanken dazu machen, wie ich die Inhalte updaten kann, was diese Content-Blöcke angeht, sondern ich muss sie nur einmal speichern. Und damit ich jetzt eben diesen Zusammenhang und die Bedeutung an der Datei und dieses Zusammenhängen von mehreren Blöcken zu einer Datei realisieren kann, gibt es die signierten Blöcke. Die signierten Blöcke enthalten Informationen in so einer Art Baumstruktur, die beschreiben, wie das gesamte Dateisystem aufgebaut ist. Das heißt, das mache ich mal ein bisschen auf, also man hat, also hier steht, man hat einen initial designierten Block als Einstiegspunkt, als Wurzel des Dateisystems. Ja, und in diesem Wurzeldokument, da kommen gleich noch Bilder, stehen zum Beispiel Verzeichnis-IDs, also da stehen Object-IDs, unter denen die verschiedenen Verzeichnisse gefunden werden können. Wenn man dazu die Blöcke aufruft, dann findet man auch wiederum IDs, die vielleicht eine Datei beschreiben und wenn man diese Datei aufruft, dann steht da drin, welche Blöcke gehören zu der ID, äh, zu der Datei. Das heißt, wir haben einmal den Root-Block, wir haben einmal eine Datei, na, wo hatten wir jetzt, das wären die Verzeichnisse, das wäre eine Datei, und das wären, nee, sorry, so, nochmal. Genau, also das war das Verzeichnis, das verweist auf eine Datei hier und eine Datei verweist auf mehrere Blöcke, aus denen die Datei besteht. Das ist die Grundidee und so kann man auch die Blöcke, all diese Content-Blöcke kann man cachen, das macht dann nichts, also Caching hat ja den Vorteil, das kann unabhängig von dem Erzeugergeschehen, das kriegt niemand mit, niemand weiß, wo die Caches erst stehen und daher können beliebig viele entstehen und das ganze Netzwerk unterstützen, haben aber den Nachteil, dass, weil man eben nicht weiß, wo die Blöcke sind, man die nicht updaten kann. Aber diese Content-Blöcke, weil sie sich eben aus dem Inhalt des Blocks ergeben, die IDs, können sich nicht ändern, das heißt, man kann die ruhig cachen. Okay, und wie diese Caches intern funktionieren, also man cacht sie, man kann dann festen Speicher definieren, wie viele Datenblöcke man cachen möchte und falls dieser Speicher überläuft, dann kann man die zuletzt verwendeten wegschmeißen, also least recently used, als Wegwerbstrategie und Konsistenz ist nicht ein Problem, weil jede Änderung sich nicht auf der Daten-Content-Block-Ebene auswirkt, sondern nur auf dieser Pointer-Struktur. Das heißt, man muss nur diese wenigen Sign-Blocks berücksichtigen, dass die eben konsistent sind und die Content-Blocks eben nicht. Welche, ja? Ja, genau. Ja, genau. Ach so. Ja, also wenn man da eine Priorisierung der Blöcke einführen würde, dann müsste man ja irgendwie den Zustand dazu pflegen, wie oft die Blöcke verwendet werden und das erzeugt dann wieder Overhead. Ja, aber eigentlich wird die Datei auch unten, ja, also egal welcher Block kaputt geht, genau, man erhöht nur die Anzahl der kaputten Dateien, die man dann erzeugen kann, aber auch mit einem Block, das nur von einem verwendet wird, hat man ja dann eine kaputte Datei. Also ja, sie haben recht, die haben eine höhere Bedeutung, aber das ist wahrscheinlich recht kompliziert oder zu kompliziert. Also was müsste man machen? Man müsste quasi irgendein Verfahren haben, das ständig irgendwie beobachtet, wie häufig wird ein Block verwendet. Und wenn ich jetzt nur mit, ja, 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 das nimmt man in Kauf, ja, genau. Weil wir werden auch gleich sehen, warum man gar nicht so sehr mitbekommt, dass die alten Daten nicht mehr relevant sind. Also wie die Updates aussehen und das kann ja dann passieren, weil das, wenn ich eben eine Datei habe, besteht aus diesen Blöcken und ich ändere genau diesen Block in einen Y-Block, dann bleibt ja mein X-Block immer noch bestehen. Ja, und da müsste ich auch sowohl neu verwendete, also die Verwendung der Blöcke aktuell halten, also immer wenn ich sie neu setze, als auch wenn ich sie nicht mehr nutze. Und das über die verschiedenen Knoten hinweg, das geht zwar auch, ist aber halt kompliziert und so, dass man das vielleicht nicht in Kauf nimmt. Ja, also das Hashing nach dem Content, das bringt schon den wirklich schönen Vorteil, dass man sich nicht die Gedanken dazu machen muss, dass die aktualisiert werden können. Das wird dann häufiger gemacht. Also auch wenn sie so ein, ja doch, eigentlich schon, also weil sie eben die große Datei, die sie nicht mehrfach replizieren, also die sie nicht updaten wollen, das können sie einfach, also sie haben dann einen Block, dass sie nicht mehr updaten müssen. Und dann können sie sich darauf konzentrieren, nur die Metadaten, die recht klein sind, die sie auch komplexer handhaben können, dass sie nur die updaten müssen. Und es ist dann oft günstiger, wenn ich einfach wirklich nur einen Teil austausche als eine Gesamtdatei und es ist leichter, die Metadaten zu updaten, als wirklich die großen Datenblöcke komplett auszutauschen. Also so, ja, eigentlich wird es auch in der dritten Lösung, also das ist ja das Cooperative File System, CFS, und auch OceanStore, das wir dann noch kennenlernen, nutzt diesen Ansatz, dass da eben Objekte, Datenblöcke, die nicht mehr geupdateet werden können, anders gespeichert werden. Ja, genau, das ist eine gute Frage. Gibt es eine Löschfunktion? Eigentlich gibt es selten eine Löschfunktion, das ist eigentlich ganz interessant, also dazu hatten wir auch mal länger geforscht, weil wir das Ganze ja im Kontext von uns sozialen Netzwerken anwenden wollten, dann müssen wir auch Daten updaten und müssen die auch löschen können, und da gibt es kaum Lösungen, die wirklich erzwingend das Daten des Netzwerks verlassen, weil da müssen sie wirklich jede einzelne Kopie finden, auch auf Knoten, die schon offline gegangen sind, und auf den dann auch erzwingen, dass sie nicht, also, da hatten wir auch eben die Diskussion, also, dass wenn die online kommen, da könnten sie ja meinen, dass sie noch eine einzige rechtmäßige Kopie haben und sie stoßen jetzt die Replikation an, das können sie ja auch angehen. Also, es ist wirklich kompliziert, das in den Overlays zu löschen. Da gibt es zwar auch Ansätze, aber das ist schon nicht so einfach, und deshalb hatten die bisherigen Lösungen das oft ignoriert, weil es nicht diesen Use Case hatte. Also, die hatten dann entweder Falschwerden im Kopf, oder selbst wenn man solche Dateisysteme hat, nutzt man da meist so eine Krücke oder so ein Workaround, um Daten zu löschen. Das kann ich auch mal kurz skizzieren auf der nächsten Folie, wie das am besten aussieht. Okay, also erstmal, wie ist die API, was wird geboten? Einmal ist man in der Lage, einfach bestehende Blöcke zu speichern. Hier muss man nicht mal unbedingt einen Key angeben, weil es kann aus dem Block direkt berechnet werden. Man kann einen signierten Block erzeugen, das eben sicherstellt, nachweist, dass es dieser eine Autor war, der das erzeugt hat. Und dann kann man die verschiedenen Blöcke beziehen. So, wie ist das ganze Dateisystem aufgebaut? Man beginnt eben mit dem Wurzelknoten, dessen ID jedem Knoten bekannt ist. Also, das muss bekannt sein, so der Einstiegspunkt. Und in diesem gibt es eben entweder Pointer, das wird wahrscheinlich eben so sein. Also, erst mal auf Verzeichnis, wo weitere solche Blöcke mit Pointern existieren. Oder das geht dann, also, wenn Sie keinen Pointer haben, haben Sie dann eben eine Beschreibung, aus welchen Blöcken sie bestehen. Und dann sind die einzelnen Blöcke gespeichert. Und so kann man eben die Verzeichnisse abbilden, eine Sammlung von Blöcken. Also, das wäre eine Datei. Und ein Verzeichnis ist eine Liste von Pointern. Und das, was man jetzt letztlich nur aktualisiert, ist, wenn man etwas in diesem Netzwerk editieren möchte. Zum Beispiel möchte man eine neue Datei hinzufügen. Also, diese Datei soll neu sein. Und dann geht man so vor, dass man erst mal alle Blöcke speichert. Ja, jedes einzelne dieser Blöcke wird gespeichert. Dann erzeuge ich ein Datenobjekt, das eben die Pointern auf diese Blöcke erzeugt und speichert diesen Block. Also, speichert diese Information. Dann erzeuge ich ein neues Datenobjekt, das den Pointern auf diese Datei enthält. Also, dieses Objekt muss ich dann auch neu schreiben. Und ich erzeuge, und da es eben eine neue ID bekommen hat, weil es ein neues Verzeichnis ist, hat eine neue Information, muss ich auch diesen Link hier neu erzeugen. Also, das heißt, hier muss ich meine ID, meinen Verweis auf das neue Verzeichnisobjekt, das die neue Datei enthält, auch aktualisieren. Und ich komme bei der Wurzel an und muss meinen Wurzelknoten neu signiert speichern. Nur ich darf mit Vorweisen der Signatur eben dieses Objekt bearbeiten und jeder Knoten, der einsteigt, der Daten auslesen will, kommt über die Wurzel und kann dann eben Schritt für Schritt die Verzeichnisse abrufen, die Dateien in den Verzeichnissen und dann am Ende die Blöcke, sodass die Dateien sich ergeben. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eben eine neue Datei einfügen will oder ein neues Verzeichnis, muss ich das Objekt erstmal erzeugen, die zögerigen Blöcke erzeugen und dann nach oben hin bis zur Wurzel alle Objekte. Und das, was halt passieren kann, also so sieht das dann vielleicht aus. Das habe ich so auch erklärt. Und jeder Knoten, also dieser Einstiegspunkt, der ist pro Knoten bekannt. Also das ergibt sich vielleicht, was man da leicht machen kann, ist, wenn ich sowieso den Public Key des Knotens haben muss, um seine Signatur zu verifizieren, da kann ich die ID auch irgendwie davon abhängig machen. Hash des Public Keys ist vielleicht der Einstiegspunkt zu diesem Wurzelknoten. Und jeder, der sich dieses erste Objekt holt, kann verifizieren, dass es wirklich dieser Knoten erzeugt hat. Und alle anderen IDs, die es hier gibt, ergeben sich aus dem Hash des Blocks, also aus dem Hash aller Pointer, aus dem Hash aller Block-IDs. Und jeder dieser Blöcke ist auch definiert durch den Inhalt. Also jedes dieser Objekte kann ich quasi selbst verifizieren. Ich kann prüfen, ob der Block-Content wirklich diese Block-ID ergibt, ob die Liste der IDs, die hier drin stehen, als gesamte Datenstruktur, den Hash ergibt, der hier oben als ID verwendet wird, ob die Liste aller Pointer als Datenstruktur, auch wieder als Hash die ID des Verzeichnisses ergibt. Also diese Objekte kann ich alle durch ihren Inhalt selbst verifizieren. Das Einzige, was ich eben nicht verifizieren kann, ist hier dieser Root-Block. Und dazu habe ich die Signatur und kann prüfen, ob es wirklich das Objekt ist von diesem Auto. Das heißt, das Einzige Objekt, das wir in diesem gesamten Dateisystem ändern, ist nur dieses eine Objekt. Und alle anderen können durch sich selbst verifiziert werden. Okay. Und das ist eigentlich ganz nett, weil wir dann all diese Objekte, die ja selbst authentifizierend sind, und die können wir beliebig oft replizieren. Sagen wir, wir haben hier ein neues Objekt erstellt. Das hatten wir hier das Beispiel. Das heißt, hier haben wir ein nun überflüssiges Verzeichnis, das nicht mehr aktuell ist. Wir haben ein neues Root-Objekt, das nicht, nee, das haben wir überschrieben, das ist nicht doppelt. Aber zumindest hier das Verzeichnis haben wir ausgetauscht. Wir haben eine neue ID berechnet, das hat ja neue Pointer bekommen. Wir haben dazu über dieses neue Objekt den Hash berechnet, das hat eine neue ID gegeben. Und das alte Verzeichnis, wo früher der Link drauf verwiesen hat, aus dem Root-Dokument, da verweist der Link jetzt nicht mehr da drauf. Und jetzt steckt es einfach im Netzwerk fest. Und das wird jetzt weiter repliziert und theoretisch eigentlich auch bis in alle Ewigkeit dort drin bleiben, obwohl kein Pointer darauf verweist. Und damit das eben umgangen wird und nicht ein Problem erzeugt, werden diese Daten nur für eine endliche Zeit gespeichert und müssen immer wieder neu aufgefrischt werden. Das heißt, periodisch muss der Schreiber, also der Schreibberechtigte anstoßen, dass diese Daten noch aktuell sind oder eben ein neues Objekt erzeugen mit denselben Inhalten. Aber jedenfalls muss er das immer wieder neu triggern, dass die Aktualität wieder gegeben ist. Okay, wie nutzt man das? Also genau, das hatte ich ja in dem kleinen Beispiel dargestellt. Also man erzeugt erstmal alle Blöcke der Datei, man erzeugt die Datei, das sind Einzelblöcke, alle gleich groß. Die Datei definiert sich durch den Inhalt, die Datei hat die Pointer und so kommt man und im Verzeichnis erzeugt man auch einen neuen Link darauf, einen neuen Pointer. Die anderen Links behält man, das ergibt auch ein neues Objekt. Das heißt, man erzeugt wirklich zur Wurzeln alle Objekte neu. Das Wurzelobjekt enthält dann auch einen neuen Pointer, das signiert man das gesamte Objekt. Und dann kann man das nach und nach einspeisen. Also man muss das erstmal vorausbrechen, dann speist man es ein. Okay, man muss diese einzelnen Blöcke nicht explizit gegen Entferndung schützen, das habe ich auch gesagt. Die sind ja selbst authentifizierend, da kann man leicht prüfen, ob wirklich der Inhalt zu dieser ID passt. Ein Nachteil ist ja, dass wir zwar nur einen Schreibnutzer haben, aber das erleichtert es auch. Also jeder kann dann prüfen, dass wirklich der gesamte Baum, der an diesem einen Root-Dokument hängt, einmal dadurch valide ist und nur von diesem einen Nutzer kam, indem sie einfach die Signatur prüfen. Da wissen Sie, das Root-Objekt ist valide und alle anderen Objekte darunter durch ihren Inhalt auch authentifizierbar. Und daher ist die Autorenschaft auch klar. Es gibt keine Speicheroperation, sondern man lässt die Daten ausdünnen. Also mit der Zeit wird es vergessen. Was aber natürlich passieren kann, und das ist zum Beispiel in sozialen Netzwerken schlecht, wenn ich mir irgendwann zu einem veralteten Objekt, das jetzt gelöscht werden soll, also der Nutzer hat jetzt seinen Pointer auf diese Datei, auf dieses Verzeichnis gelöscht, da sind ja alle Daten eigentlich noch drin, nur der Verweis darauf fehlt. Und wenn ich diesen Verweis mal gehabt habe, kann ich auch meine Lookups so steuern und einfach diese eigentlich nicht mehr aktuellen Verzeichnisse und Dateien immer noch beziehen, bis eben dieser Timeout auftritt. Und das ist für viele Anwendungen eben nicht sinnvoll, weil ich eventuell auch auf der Nutzerseite, auf der Clientseite vielleicht optimieren möchte, bestehende IDs vielleicht zwischenspeichere oder Cache und ich dann immer noch Zugriff darauf habe, obwohl der speichernde Knoten, also der schreibberechtigte Knoten, nicht mehr diesen Zugriff erlauben möchte. Also er kann es nicht explizit löschen. Okay, das ist so einer der einfachen, beziehungsweise der, ja doch der einfachen Ansätze, die eben mit diesem Pointer-System arbeiten. Das ist recht bequem, also zwei, drei, nee, drei Hauptpunkte muss man sich bei diesem Corporate File System mitnehmen. Erstmal die Aufteilung in Blöcke und dass die Block-IDs sich ergeben aus dem Hash des Inhalts, sodass einfach da die Bequemlichkeit gegeben ist, dass die sich selbst verifizieren. Das zweite ist, dass wir diese Pointer haben und diese Pointer-Struktur, also alles über den Blöcken, Dateien, Verzeichnisse, Wurzelknoten, diese Pointern arbeiten und der Einstieg eben nur für einen Knoten möglich ist und man nur das Fruit-Objekt ändern muss, beziehungsweise natürlich neue Objekte darunter anlegen muss, aber nur die Validität des Fruit-Objekts ist zu überprüfen. Okay, gehen wir mal zu Ivy, das ist auch sehr interessant, also auch hier hat man wieder eine der früheren Lösungen, hier hat man auch so eine Network File System ähnliche Lösung angestrebt. Genau, aber mit der Änderung, dass jetzt jeder Nutzer Dateien modifizieren kann. Das ist schon ein bisschen komplizierter und indem man jede Datei modifizieren kann, führt das schon zu mehr Komplexität und das wird gelöst, indem Logs gepflegt werden. Das heißt, wir haben nicht nur eine Version der Datei, sondern wir haben hauptsächlich sowas wie eine Initialversion der Datei und die Logs schreiben fest, welche Änderungen daran vorzunehmen sind, damit man auf den aktuellen Stand kommt. Und das erlaubt zum Beispiel auch konkurrierende Zugriffe. Also der Grundgedanke ist, dass, sagen wir mal, Sie haben irgendein Textdokument und Nutzer A fügt an einer bestimmten Stelle eine Zeile ein und Sie fügen an einer anderen Stelle eine Zeile ein. Dann ist die Reihenfolge der Änderung, wenn man es clever macht, auch vertauschbar. Also dann spielt es keine Rolle, ob Sie zuerst die Zeile hier einfügen oder ob der Nutzer der anderen Nutzer es woanders einfügt. Die Reihenfolge, in der Sie diese Operation, diese Änderungsoperation an dem Initialobjekt ausführen, ist vertauschbar und etwas daher robuster gegen solche zeitlich gleich, also ähnlichen Änderungen. Was sind da dennoch die Herausforderungen? Also einmal dieses, dass alle die gemeinsame Datensicht haben, wenn wir verschiedene Schreiber haben, das hatte ich ja eben aufgeführt, weil eben das Problem entstehen kann, wenn Sie wirklich zeitgleiche Änderungen haben und man braucht einen Lookup, man braucht irgendwie, man muss ja den Schreibvorgang vornehmen, man muss Nachrichten übermitteln, das braucht schon einige Sekunden, dann kann es schon gleichzeitig passieren. Okay, was nicht geht, also wir haben ja schon die Aussicht gehört, da kommen die Locks ins Spiel, die das etwas ermöglichen. Alternativen wären gewesen, dass man Locking macht, also dass man die Datei lockt, dass man sagt, wir, ich schreibe jetzt und ich habe jetzt einen Schreibzugriff, wie in Windows, und dann können Sie währenddessen nicht die Datei schließen oder anderweitig editieren, weil das ist von einem Anwender von einer Anwendung vielleicht geblockt. Das ist natürlich nicht günstig im verteilten Netz, weil der kann dann offline gehen, der Lock bleibt bestehen und niemand kann die Datei mehr ändern. Auch möchte man eine Undo-Funktion haben können, dass eben nicht wie beim Corporate File System, sagen wir mal, jemand eine Datei einfügt oder modifiziert, na gut, da haben wir nur ein Ende, also einen Schreibberechtigten, aber nehmen Sie mal an, Sie hätten ein Überschreibregel, also dass einfach das bestehende Objekt weggeschmissen wird und durch ein neues Objekt ersetzt wird, dann hätten Sie ja das Problem, dass Sie vielleicht bösartige Knoten haben, die alles mit leeren Inhalten überschreiben, und daher möchte man so diese Undo-Funktion haben, wie in Wikipedia vielleicht auch. Und dann hat man eben, hier helfen auch die Logs wieder, indem Sie einfach nun die Änderung zum Initialdokument beschreiben und wenn eine Änderung eben fehlerhaft ist, dann können Sie zu dem Zustand zurückgehen und Sie haben immer noch einen aktuellen guten Zustand. Das heißt, die Undo-Funktion wäre eben, dass Sie explizit sagen, diesen Logteil, den möchte ich überspringen und ich mache quasi wieder so ein Revert, also wie wäre die Änderung von diesem Zustand, so dass ich wieder hier hinkomme und dann haben Sie wieder eine Beschreibung, die, wenn Sie alle Änderungen von dem Initialzustand starten und alle Änderungen umsetzen, Sie wieder bei dem Zustand sind, den Sie gerne hätten. Okay, noch ein bisschen ergänzen, also das wird manchmal auch betrachtet, sehr selten eigentlich, wenn das Netzwerk getrennt wird. Also wie sieht es aus, wenn, nehmen Sie mal an, Sie haben so ein Netzwerk 100 Knoten und 50 Knoten, also die sind miteinander verbunden und für eine Weile sind 50 Knoten und 50 Knoten getrennt, sodass Sie zwei getrennte Cordringe haben. Und in diesen Cordringen werden aber, da die Daten ja repliziert waren, Änderungen am selben initialen Objekt ausgeführt. Zum Beispiel nehmen wir wieder unser Textbeispiel, es werden hier Zeilen hinzugefügt, da Worte verändert, hier Zeilen gelöscht und jetzt irgendwann wächst das Netzwerk wieder zusammen. Dann wollen Sie auch in der Lage sein, so eine Art Merge durchzuführen der Änderungen. Und auch hier sind wieder diese Logs ganz praktisch, dass wenn Sie quasi einen Log haben aus dem einen Netz, welche Änderungen durchzuführen sind und einen Log aus dem anderen Netz. Idealerweise ist ja so aufgebaut, dass die Reihenfolge der Logs recht unwichtig sind und dann kann man sie dann so zusammenführen, dass es eben eine Reihenfolge gibt, sodass das neue Netzwerk sich auf einen neuen Zustand einigen kann. Da muss man diese Änderungszeiten halbwegs zueinander zeitlich in Bezug setzen, aber jedenfalls ist es wie beim Mergen von Code realisierbar, dass man dann am Ende einen Zustand erhält. Also wie sieht es dann aus? Es sieht dann so aus, dass wir einmal eine Übersicht haben, also jeder Knoten verwaltet eine Übersicht zu seinen Daten, so wie er es sieht. Also jeder hat einen Private Snapshot, jeder hat seine Sicht auf die Daten. Also man geht von irgendeinem initialen Datum aus, das da einmal eingespeist wurde und man ist in der Lage, solche Logs anzufügen, anzufertigen für die bestehenden Daten, die es gibt. Und diese Logs sind so Beschreibungen, was an diesem initialen Datum oder beziehungsweise an der letzten Version zu ändern ist, wenn man dann zu der neuen Version kommt. Eben sowas wie Fügewort an dieser Stelle zu, Fügezeile an der Stelle zu, wie so ein Patch oder bei Software-Code. Okay, und jeder pflegt eben seine eigene Sicht und bezieht die Logs der anderen. Das heißt, wenn jemand anders meine Datei oder die Dateien, die ich im Fokus habe, verändert, dann erfahre ich das, indem ich periodisch immer wieder von den anderen beziehe, was habt ihr für Änderungen für die ganzen Dateien, die es in diesem Netzwerk gibt. Und so kann ich mir meine eigene Sicht zusammenbauen. Diese meine eigene Sicht kann auch unterschiedlich sein von den anderen, weil wir eben diese getrennte Netze zum Beispiel haben können. Aber wir, wenn wir dann wieder zusammenkommen und wieder alle Logs austauschen, idealerweise alle Knoten wieder auf dieselbe Sicht kommen. Wie werden diese Logs dann realisiert? Indem man wieder Pointer verwendet. Das heißt, jeder Knoten hat ja seine eigene Sicht. Und die realisiert er, indem er einen Pointer setzt auf ein Log, das er zuletzt dazu erstellt hat oder das er zuletzt dazu kennt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Änderung durchführen, dann erzeuge ich ein neues Log. Ich sage, wie die Änderung zu der aktuellen Version aussehen soll. Ich setze in diesem Log den Pointer auf den vorigen Log, damit man weiß, wo ist die nächstfrühere Änderung. In diesem Log ist auch der Verweis auf die nächstfrühere Änderung, nächstfrühere Änderung, nächstfrühere Änderung. Und hier vielleicht das initiale Objekt. Und wenn ich eben meinen Pointer auf die aktuellste Änderung habe und ich diese Logs durchgehe und alle Objekte beziehe, kann ich quasi aufbauend auf der initialen Version Änderung für Änderung, also eins, zwei, drei, vier, diese Änderung durchführen und komme zu dem aktuellen Zustand. Und wenn ich eben im Netzwerk mit anderen Knoten bin, dann tauschen wir unsere Logs aus, die erfahren, welche Pointer ich habe, können sich meine Logs beziehen und dann eben schauen, also wenn wir meine Änderung 4 noch nicht berücksichtigt haben, können sie das auch bei sich eintragen, auch sich zu eigen machen und zu der selben Dateiversion kommen wie ich. Okay, und durch diese Pointer-Struktur erzeugt man auch so eine Reihenfolge letztlich. Das kann sich zwar unterscheiden, aber man strebt hier an, die Änderung so zu gestalten, dass es möglichst austauschbar ist. Und wenn es textbasiert ist, dann geht es auch hauptsächlich. Okay, also zusammenfassend, also okay, was haben wir? Also wir haben dadurch, dass jeder Nutzer seine eigene Sicht hat, haben wir diese sogenannten Views. Und diese Views, das ist diese Information, welche Logs ich kenne. Sagen wir, wir beziehen das nur auf eine Datei, welches ist mein Loghead, also welches ist die letzte Änderung dazu, die ich kenne. Und die Knoten, wenn sie jetzt sich gegenseitig austauschen, einigen sich eben auf eine Menge von Änderungen, die es zu dieser Datei gibt. Also das Ziel ist, durch periodischen Austausch miteinander, alle Logs der anderen zu kennen, dadurch alle Änderungen an dieser einen Datei zu kennen und wenn diese ganzen Informationen vorliegen, eine gemeinsame Sicht erzeugen zu können. Okay, die Sicht der einzelnen Knoten, also welche, die ist unveränderbar, also die kann nur der eine Knoten selbst ändern, indem er dort eben immer auf den Loghead zeigt. Also dieses Viewblock, das definiert quasi meine Sicht auf alle Dateien, die mir relevant sind. Die kann nur ich editieren. Ich kann aber die der anderen lesen und kann die Logheads und deren aktuellen Zustand eben lesen. Und jetzt kann natürlich der Nachteil entstehen, wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir mal, das ist mein Loghead, die letzte Änderung, die mir bekannt ist, und das verweist auf viele, viele Änderungen davor und es geht hier über 100 Logs, dann ist es natürlich sehr umständlich, das immer wieder aktuell aufzubereiten. Ja, da muss ich dann Log für Log, Lookup starten, alle Logs einholen, alle Änderungen mergen und das ist dann umständlich. Dazu sind sogenannte Snapshots eingeführt, die man auch kennt aus dem SVN, oder aus dem Versionierungskontext, wo sie dann eher Tags heißen, dass man eben alle Logs, die zu einem Zeitpunkt existieren, zu einer Datei zusammenfasst. Also wir hatten ja diesen Aufbau, dann hatten wir das initiale Objekt und dann berechnet man einmal zu all diesen Änderungen und dem initialen Objekt, ein neues initiales Objekt, ein Snapshot zu dem Zeitpunkt X und das ist das neue initiale Objekt, auf das aufgebaut wird, so dass wir eben nicht eine ewig lange Historie mit uns mitschleppen, sondern periodisch immer wieder neue Snapshots erzeugen. Als Ankerpunkt, auf das wir uns einigen, ist es eben der aktuelle Version der Datei ist. Mostly the same für alle Teilnehmer. Idealerweise, wenn alle dieselbe Sicht haben, kommen sie alle zum selben Schluss. Es kann aber auch sein, dass manche Teilnehmer nicht alle Sichten gleichzeitig mitbekommen haben, nicht alle Änderungen mitbekommen haben und das kann passieren. Aber, was auch hier verwendet wird, ist, dass diese Blöcke, achso, diese ganzen Logs und die ganzen Inits, alles was unveränderbar ist, also das Einzige, was wir verändern, ist ja auch hier nur unser Viewblock, in dem wir einen neuen Pointer, vielleicht auch ein neues Loghead erzeugen. Und all diese Logs und die Init-Datei, die sind unveränderlich, die kann niemand mehr modifizieren. Ja? Ja, also, genau, wie geht man bei Konflikten um, wenn die alle dasselbe, genau, also nehmen wir mal an, also wir haben zwei Fälle, entweder die Änderungsvorschriften sind wirklich von der Reihenfolge her austauschbar, manchmal ist es aber nicht gegeben, also auch wenn sie irgendwie Software haben und sie coden da und versuchen, zwei getrennte Code-Stücke zu mergen, dann ist die Verantwortung dann letztlich auf den Nutzer abgewälzt. Also er muss dann entscheiden, wie das Merging genau aus, also, hm, genau, genau, ja, das ist eigentlich auch hier so, also da diese Entscheidung des automatischen Mergens, das geht ja nicht, also es muss am Ende der Mensch entscheiden, wenn ich jetzt zwei Logs habe, die, wo die Reihenfolge relevant ist, dann, dann muss ich mich entweder mit dem anderen Autor austauschen oder einfach eins festlegen und das als meins definieren, aber halt riskieren, dass da halt ein Fork entsteht und das auseinanderzüftet. Aber das ist nicht durch diese Speicherlösung gedeckt, also dieses Merging wird nicht davon abgedeckt. Okay, ähm, genau, also nochmal zu den Begriffen, genau, diese Snapshots fassen alles bisher gewesen zusammen und alle Logs bis, ähm, zu dem aktuellen Snapshot und also das erzeugt eben periodisch die aktuelle komplette Sicht, so dass eben neue Nutzer entweder einen Trusted Snapshot verwenden oder versuchen können, alle Logs von bisher aufzubauen, wie es bisher gab, ja? Ja? Ja, dann, also wenn, wenn die gesennten Netzwerke unterschiedliche Snapshots erstellt haben, dann hätten wir ja theoretisch einen Fork. Die könnten aber versuchen, ähm, genau, von, also alle bestehenden Logs in eine Reihenfolge zu bringen. Ist aber natürlich irgendwann schwierig, also wenn, wenn die sich früh getrennt haben, also die hatten initialen Status, dann haben sie irgendwann getrennt und dann geht es irgendwie weiter und weiter, dann sind diese, ähm, Versionen vielleicht gar nicht mehr so zusammenführbar, also dann muss der Mensch das machen. Also dieses Mergen, das ist wirklich dann auf den Menschen abgeschoben. Man kann ihm zwar alle Logs, alle Änderungen, äh, anzeigen, die bisher stattgefunden haben, aber er muss entscheiden, was der Vorteil war. Also letztlich auch wie beim Software, äh, program, also beim, beim, beim Programmieren, da muss auch irgendeiner mal entscheiden, wie man das denn vollmergt, so dass man eine gemeinsame Sicht erzeugt. Okay. Das steht ja auch hier, all participants should agree on the order. Das geht nicht immer. Also, vor allem technisch geht das nicht immer. Manchmal geht es so, ähm, halbwegs, wenn es eben textbasiert ist, wenn da nicht zu viel Änderung ist, aber, ähm, allgemein braucht man da den Menschen. Ja? Genau. Also das zeitgleich, was passiert ist, kommt schon häufiger vor. Aber das, auf diese zeitgleichen Änderungen, viele weitere Modifikationen vorgenommen werden, das, das geschieht es ja. Das ist ja bei der, bei der Blockchain, bei Bitcoin ja auch so. Also, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie das funktioniert. Da ist ja die Grundidee, ähm, dass jede Änderung, also die Blockchain, die beschreibt, alle Transaktionen seit Bestehen der ersten Bitcoins, ja. Und so kann, auch, so werden auch Bitcoins generiert, oder, oder die Transaktionen dokumentiert. Also, anders gesagt. Also, wenn Sie jetzt eine Blockchain haben, da steht drin, welche Transaktionen stattgefunden haben, und jede dieser Transaktionen, die da drin sind, definiert Ihnen noch einen kleinen Zahlungen dafür, dass Sie eine, eine kryptografische Hash-Funktion so finden, dass eben diese ganzen neuen Block, der da erzeugt wird, validiert. Und das ist halt aufwendig, das zu berechnen. Und da gibt es die vielen Miner, und, ähm, jetzt schweife ich zu sehr ab. Okay, nee, genau. Und da ist es halt so, diese ganzen Transaktionen sind in Blöcke gespeichert, und jetzt ist die Frage, welcher der Miner berechnet jetzt seinen Hash, um die neue Transaktion zu bestätigen. Und er bestätigt die Transaktion so, indem er sich noch einen kleinen Obolus draufsetzen kann, und selber dadurch Geld verdienen. Und jetzt kann es eben zwei Miner geben, die diesen Block bestätigen. Also auch da kann es parallel, zeitgleich Änderungen geben, aber eins davon setzt sich durch. Also die Frage wird sein, was nimmt die Community auf, an was wird weitergearbeitet, und dann hat der hier vielleicht, zwar das auch richtig berechnet, aber wenn die Community das nicht aufsetzt, und es hier dann weitergeht, dann hat er Pech gehabt. Das wäre schön. Also nehmen Sie sich nur das Beispiel, also ob man das technisch und durch künstliche Intelligenzen lösen kann, nehmen Sie sich nur ein Wikipedia-Kommentator. Da werden ja auch die Änderungen dokumentiert, und manchmal gibt es da auch gleichzeitige Änderungen, oder wer soll das entscheiden, oder wenn Sie Code haben, und Sie haben lange Zeit die Entwickler gewähren lassen, und es soll automatisch gemerged werden. Ich weiß nicht, ob das überhaupt gehen kann, weil manchmal weiß der Mensch ja selbst nicht, was er will, und wie das dann zusammen funktionieren soll. Ich glaube, da ist zu viel zu Bandig drin. Ja, das stimmt, aber nehmen Sie mal wieder einen Programmiercode. Da können Sie ja zwar Zeile für Zeile alles richtig einfügen, aber zusammen macht das keinen Sinn. Manchmal muss man nicht auch... Es kommt auf die Komplexität an. Also wenn Sie kollaborativ ein Dokument editieren, dann geht es vielleicht. Dann fängt es davon ab, als wenn jetzt Personen unterschiedliche Absätze editieren. Das geht vielleicht. Aber wenn zu viele Änderungen stattfinden, dann verfälscht vielleicht die gesamte Aussage. Ich habe da mal ein Paper gelesen, die hatten 37 Leute, oder zeitweise 50 Autoren, haben an einem Dokument geschrieben, wie man kollaborativ in großer Anzahl an einem Dokument schreiben kann. Das war schon ganz interessant, weil einfach das nicht so automatisch geht, glaube ich, mit dem Mergen. Okay. Also wir haben diese ganzen Logs, die diese Änderungen beschreiben. Was man einfügen kann, ist Sequenznummern. Schwierig. Weil, also das kann man zwar haben, man kann sagen, das ist jetzt Version 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, da haben sie Doppelungen. Aber es zeigt schon mal, wie welche Version auf welche andere Version aufbaut. Wenn die dann aber parallel sich entwickeln, dann halt nicht mehr. Also dann kann das sein, dass das hier, ja, das ist dann eben nicht eindeutig. Aber das zeigt zumindest, was vorher war, auch wenn es getrennt ist. Okay. Man kann noch Versionsvektoren haben, die eben eine Gesamtübersicht geben, über welche Logs es gibt. Und dann kann man die Versuchung zu ordnen. Also was man schon hinkriegen kann, ist, dass jede Änderung weiß, welche Veränderungen es vorab berücksichtigt. Und das zumindest nicht Version 5, wenn ich dieses Log irgendwie finde, dass es hier vorne als Änderung eingefügt wird, sondern mindestens nach Version 3 oder 4, sodass man es abwartet. Aber wenn wir eben Konkurrent- oder parallele Entwicklungen haben, dann kann das nicht berücksichtigt werden. Also da muss man es manuell merken. Genau. Also entweder, wenn es zeitlich auf einen Land aufbaut und die Sequenznummern steigen, dann ist es gut. Dann haben wir einen gleichen Vektor, dann können wir das gleich merchen. Wenn wir aber diese Parallelen haben, dann müssen die das manuell machen. Okay. Also das war der zweite Gedanke zu Ivy, dass wir nicht mit diesen reinen Pointer-Strukturen, also wir haben hier auch Pointer-Strukturen, aber durch diese Logs haben wir die ganze Historie der Änderungen. Ja? Ja. Ja. Genau. Also die Frage ist nach den Binary-Dateien und deren Änderungs-Logs. Genau, das ist eigentlich wie bei SVN und CVS und Git. Also die werden als Binarys betrachtet, die nicht mergebar sind. Also wenn sie eine Änderung haben, dann ist es eine komplett andere Datei und dann ist jede Version komplett anders. Und dann wird vielleicht der bitweise Unterschied betrachtet, aber nicht das Inhaltliche. Da kann man wirklich, wenn man zwei Logs hintereinander hat, dann sind es zwei getrennte Dateien und man kann es nicht zusammenführen. Okay. Genau, also was Sie auch noch hier mitnehmen sollen, also einmal das mit den Logs und der zweite Punkt, der auch recht interessant ist, dass auch hier diese einzelnen Logs und diese initialen Dateien jeweils auch wie bei CVS, also im Collaborative File System, unter ihrer Hash als einzelne individuelle Blöcke, Content-Blöcke gespeichert werden. Also diese nicht änderbar. Jedes Log ist nicht änderbar, jeder Snapshot ist nicht änderbar. Das Einzige, was auch hier nur geändert wird, ist dieser Einstiegs-View-Blog, der definiert, wie die aktuellen Pointe auf die Log-Heads sind. Aber jede einzelne Log ist nicht änderbar. Okay. Jetzt achten wir zum Abschluss nach OceanStore. Das hat auch einen interessanten Ansatz, weil es eben aufgreift, dass Dateien unterschiedlich behandelt werden. Also bei diesen Logs sind ja alle Daten gleich behandelt, unabhängig davon, ob sie noch geupdatet werden oder nicht. Und OceanStore unterscheidet da. Das baut auf auf Tapestry. Tapestry ist sehr ähnlich wie Pastry. Ich glaube, einer, na egal, also der Hauptunterschied war, dass, glaube ich, das nicht Prefix basiert, sondern Postfix basiert, das eben von hinten her geroutet wird, aber ist eigentlich egal. Und die hatten jedenfalls die Unterteilung einmal in Objekte, die manipulierbar sind und Objekte, die nicht mehr manipulierbar sind. Und für beide Arten von Daten gibt es unterschiedliche Speicherkonzepte. Was war die Vision? Das kommt vielleicht auch langfristig irgendwie. Man hat überall Geräte, ganz viel Storage Space, alles ist dann selbst organisiert, die Daten schwimmen hin und her und sind allen Geräten zugänglich. Man hat hier noch keine Cloud gehabt, sondern man hat die Annahme gehabt, alle Daten sind immer noch lokal und die Daten müssen irgendwie ausgetauscht werden. So, und es gibt diese Unterscheidung, einmal modifizierbare Daten und einmal persistente Informationen, die langfristig gespeichert werden sollen. Die hatten auch das als wirklich Produkt auf dem Markt gebracht, wurde aber dann später dann abgelöst oder vielleicht in die Rechenzentren verschoben. Also viele dieser Konzepte, das möchte man noch betonen, es ist nicht so, dass Peer-to-Peer ist dann untergegangen und taucht nie irgendwo auf, sondern es hat sich mehr in die Rechenzentren verschoben, weil einfach dort diese Szenarien relevant sind. Also dort haben sie dann 50.000 Rechner. Sie möchten einfach nochmal 1.000 Rechner dazustellen und das soll sich selbstorganisierend aufsetzen, ohne dass der Admin da was einstellt, sondern dann erweitern. Also das wird so wahrgenommen, sie haben 50.000 Knoten, 10.000 Knoten kommen neu hinzu, die Datensuche muss auf diesen großen Netzwerken immer noch realisiert werden, der Speicher, der da ist, soll genutzt werden, Knoten können ausfallen und es hat sich hauptsächlich ins Rechenzentrum Leben verschoben. Okay, also Unterscheidung ist hier der Fokus zwischen modifizierbaren und persistenten Daten. Achso, gut, das war ein Produkt, das man wollte mit auch Geld verdienen. Was war die Annahme? Wir haben Untrusted Infrastructures, also wir haben Angreifer, die als Speicherknoten auftauchen, das heißt, wir müssen sowieso alles mehrfach replizieren, wir müssen auf Sicherheit achten, aber es gibt eine kleine Menge von Servern, die als vertrauenswürdig angenommen sind. Das heißt, wir haben 100.000 Knoten, aber 100 von denen sind vertrauenswürdig oder 1.000, das sind die, die von dem Betreiber gestellt werden. Man möchte dem vertrauen, also man vertraut dem, dass sie dem Protokoll folgen, aber nicht unbedingt, dass sie nicht in die Daten reinschauen. Also das Konzept der Betreiber soll quasi sicherstellen, dass der Service läuft, das heißt, dass die Protokolle unterstützt werden, ohne Modifikation, aber er soll keine Einsicht haben in die Daten. Okay, und Daten sollen überall verfügbar sein und so. So, wie ist das Ganze aufgebaut? Auch hier sind die Objekte einzeln identifizierbar mit ihren IDs, die müssen aber nicht anhand ihrer Inhalte festgelegt werden. Also hier ist der Fokus nicht so sehr auf den Blöcken, das ist eigentlich egal, kann man parallel machen, aber eigentlich betrachtet man ganze Dateien und die haben spezifische IDs, die aber nicht von dem Inhalt abhängen. Das heißt, wir müssen schon berücksichtigen, dass unter einer ID verschiedene Inhalte sind über die Zeit. Also zuerst haben wir ein Objekt A unter einer ID, X gespeichert, das ist so die Zeit. Später updaten wir dieses Objekt zu B, später updaten wir dieses Objekt zu C, das heißt, wir können Datenobjekte unter derselben ID ändern. Das ist schon mal eine Änderung gegenüber den anderen, die wir mit diesen Pointern gearbeitet haben, als Einstiegspunkt, was auch irgendwie als Limitation zu sehen ist. Und jetzt wird unterschieden, einmal zwischen einer schnellen Replikation und einer langsamen Replikation, mit dem Ziel, dass man quasi ja eben eine schnelle Antwort geben kann, aber das ist nicht zuverlässig und auf der anderen Seite eine langsame Replikation, die aber zuverlässig ist. Und es gibt auch zwei Arten von Objekten. Es gibt einmal die, die aktiv sind, das heißt, die können sich noch ändern und es gibt die zu Archivierenden, die ändern sich nie wieder. Das heißt, da muss man gar nicht unterstützen, dass die schnell verfügbar sind, nee, sorry, dass die neu geschrieben werden können, sondern es ist mehr so write once, read many und das ist write many, read many. Heißt es so? Rom, ja, read only. Egal, also das ist der Unterschied. Und da die eben unterschiedliche Zielsetzungen haben, kann man auch unterschiedlich optimieren. Haben Sie zum Beispiel eine Idee, naja, doch, steht schon da. Sorry. Also, wir haben ja kennengelernt, dass die Erasure-Codes sehr gut dazu geeignet sind, mit wenig Aufwand eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten. Dazu erzeugen wir diese vielen Blöcke, 517 Blöcke, 200 Blöcke müssen wiederhergestellt werden. Dafür sind sie sehr gut geeignet, das heißt, für Archivierung sind sie sehr gut, aber nicht für Updates. Also, wenn ich jetzt so einen Datensatz updaten müsste, diese 517 Blöcke, da muss ich sehr, sehr viele Blöcke dann wirklich neu schreiben und das dauert sehr lange und das wäre nicht günstig. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass diese einfachen Replikationsverfahren, die PASS zum Beispiel, wo die Daten in der Nähe sind, der ID, die sind zwar teuer, weil sie einfach eine geringere Verfügbarkeit liefern für diese Kosten, die sie erzeugen, aber das geht sehr schnell. Also, da muss ich nur vielleicht 5 Objekte updaten, 5 mal die Datei schreiben, statt 517 mal. Okay. Wie, also, ein Punkt war ja, dass die Objekte andere, unabhängige IDs haben von ihren Inhalten. Also, ein Objekt kann langfristig mehrere Inhalte haben, aber immer noch unter dieselben ID verfügbar sein. Also, wir können es ändern und das ergibt sich aus zwei Punkten. Einmal, wer ist der Besitzer und irgendwie, was das für eine Datei ist. Also, dass man zum Beispiel sagt, dass man irgendwie so Public Key ansetzt und unterstrich MyRootDirectory oder so. Ja, und das Ganze kann man dann hashen und jeder Knoten, der bestimmte Verzeichnisnamen kennt, der kann die dann direkt anspringen. Der kann sich dann sein Zugehörigen oder die Zugehörige ID generieren, die zu seiner Anfrage passt. Zum Beispiel, wenn ich weiß, alle Nutzer haben ein Verzeichnis namens Profiles oder Fotos oder Public Information oder so, dann kann ich ja zu jedem Knoten, dessen Public Key ich kenne, diese ID generieren und das Objekt abrufen. Und da kann ich schauen, was ist da untergrad aktuell. Vielleicht hat er, also da steht immer, wenn, na, das ist, gut, so. Also, dadurch, dass ich mir eben diese IDs immer generieren kann, kann ich da viel mehr Einstiegspunkte definieren. Diese Einstiegspunkte hatten wir auch vorher bei diesen Logs und auch bei den Collaborative Filesystemen, das war das Root-Element, das man kennen muss und hier kann ich halt ganz beliebig viele haben und ich muss nur die, irgendeine Regel haben, wie diese IDs erzeugt werden. Kann ich Verzeichnisnamen darlegen, ich kann bestimmte Buzzwords darlegen, die jeder haben muss. Dadurch gibt es auch kein Root-Element, sondern man kann sich beliebig viele definieren und so ein ähnliches Konzept hatten wir auch bei uns in dem für Libris-Social, also das Soziales Netzwerk verwendet, da gibt es auch sehr ähnlich gestaltete Dateien oder ID-Namen, die einfach Profile, Fotos, E-Mail oder sowas enthalten, da gibt es unter diesen Object-ID immer das Aktuelle, was man dazu sucht. Auch hier ist es so, dass man die Sicherheit im Fokus hat, alle Daten sind verschlüsselt, man regelt den Zugriff auf die Daten über die Gewährung des Schlüssels, des Leseschlüssels und das kann der schreibberechtigte vorab verteilen, der kann entscheiden, welche Nutzer die Daten lesen können sollen, ihnen die Schlüssel zu den verschiedenen Daten, wo sie zugriffsberechtigt sind, schicken oder irgendwie auch verschlüsselt hinterlegen und wenn ich eine Zugriffsberechtigung entziehen will, dann muss ich halt alles neu verschlüsseln, die Schlüssel neu verteilen, aber das funktioniert ganz gut. Beim Schreiben wird ein Access Control List verwendet. Vielleicht steige ich gar nicht so sehr in die Sicherheit ein, aber da ist die Grundidee, dass jeder speichernde Knoten weiß, wer darf denn unter diesem Schlüssel speichern. Also wenn ich sage, unter diesem Schlüssel möchte ich was speichern, unter diesem Key, kann ich ja nachweisen, dass ich es aus diesen Werten hier erzeugt habe und dass ich auch wirklich den Public Key habe oder den Private Key und nur der ich darf dann streiten. Also es lässt sich dann mit dem Zugriff auf die Schlüssel recht bequem realisieren. Die Frage ist aber, wie wird jetzt gespeichert? Wir haben ja zwei Arten der Speicherung. Einmal geht es um die schnelle Speicherung von Inhalten, so dass wir Daten eben mit wenigen Hauptsachen erreichen können und dazu wird ein probabilistisches Verfahren verwendet mit Multilevel Bloomfilters. Die Bloomfilter hatten wir ich habe die Folien hier rausgenommen, weil das hatten wir schon mit dem Bloomfilter. Da war der Grundgedanke, dass die zu allen ihren Dateien, die sie haben, diese in einem Bloomfilter einspeisen und dann quasi eine gewisse Bitfolge dann erreichen zu den Dateien, die sie anbieten. Und diese erweiterten, diese Multilevel erweiterten Bloomfilter, die beschreiben, das ist jetzt Level 0 und Level 1 beschreibt die Vereinigung der Bloomfilter ihrer, der L0 Bloomfilter ihrer Nachbarn. Und Level 2, ihr Level 2 Bloomfilter beschreibt die Vereinigung aller L1 Bloomfilter ihrer Nachbarn. So dass sie quasi in die wenige Hopp-Nachbarschaft abschätzen können, welche Dateien es da geben könnte. So dass man quasi mit einer ganz kleinen Suche, kurzen Suche in die direkte Nachbarschaft schnell klären kann, hat jemand das Objekt oder nicht. Mit 1, 2 Hopps kann man es vielleicht finden, wenn das Objekt populär ist. Da kann man auch wieder sich das zunutze machen mit der ZIP-Verteilung und mit diesem Expanding Ring, aber halt mit sehr kleinen Werten. Aber das ist eben unzuverlässig. Da finden wir es nicht mit Sicherheit. Was aber verlässlich ist, ist die deterministische Lookup in Pastry, das eben sehr ähnlich ist zu Pastry und so finden wir mit auf jeden Fall den zuständigen Knoten zu einer Object-ID, hinter der das Objekt gespeichert ist. Das sind erstmal die zwei Arten Daten zu finden, also entweder auf gut Glück mit wenigen Hopps oder mit mehreren Hopps, aber zuverlässig. Ja? Ja, ja, also das Ganze ist ja von 2004, also da war es nicht so viel so groß. Also es ist aber auch, also die Frage nach der Datengröße ist aber auch, also eigentlich ist es relevant, wie viele Datei, wie die Dateianzahl ist, also unabhängig von ihrer Größe. Und man kann auch die Blumenfiltern ja erweitern, damit die Anzahl der Bits, die da zur Verfügung stehen. Also theoretisch können sie das ja noch auflehnen. Ja, aber was hatten wir denn, also selbst wenn sie 1000 Bits haben oder selbst wenn sie eine Million Bits verwenden, also ein Megabyte Datei, also ein Million schon recht große Anzahl für die Anzahl der potenziellen Dateianzahlen. Also wie viele Dateien haben sie so auf ihrem Rechner, was weiß ich, 200.000 Millionen oder so. Also ist schon sehr viel, also normalerweise 1000 vielleicht Dateien ist auch vielleicht viel. Also die kommen schon in einem Megabyte gut unter. Also normalerweise würde man da so vorgehen, dass der Betreiber dann irgendwelche Messungen hat, wie viele Dateien werden im Durchschnitt geshared, wie muss der Blumenfilter gewählt werden, um eine gewisse False-Positives-Rate nicht zu überschreiten und das kann man ja adaptiv machen. Okay, also einmal diese zwei Speicherarten, das eine ist nur ergänzend, also das Probabilistik, das ist nur nice to have, um mit wenigen Hops das zu erreichen, das Verlässliche ist der deterministische Algorithmus mit Tapestry, wo einfach Lookup erzeugt wird zum zuständigen Kloten und spannend ist es, wie Änderungen vollzogen werden. Also einmal, wenn wir jetzt Änderungen haben, also wenn wir jetzt eine Nennung vornehmen, dann ist es auch hier so gestaltet, wie in Ivy, dass wir auch hier eine Liste von Aktionen haben, die wir auf der bestehenden Daten definieren können, aber auch eine Liste von Vorbedingungen, wann diese Aktionen zutreffen sollen. Das ist schon ein bisschen cleverer als ein Log, das einfach sagt, hier soll eine Zeile eingefügt werden. Da kann man zum Beispiel diese Predikate so einsetzen, dass man sagt, die Vorversion, auf die ich die Aktionen durchführen möchte, soll die Sequenz Nummer X haben, sodass ich genau weiß, dass wir uns auf dasselbe Objekt beziehen. Oder die Vorbedingung ist, dass an dieser Stelle soll keine Änderung in den letzten Aktionen durchgeführt worden sein. Also man kann dann wirklich prüfen, sind die Vorbedingungen erfüllt und erst dann wird die Aktion erfüllt umgesetzt und falls das eben valid ist, dann wird das sofort oder atomic applied, also umgesetzt, das atomic, das bedeutet, entweder wird die Änderung komplett durchgeführt oder gar nicht. Also es ist nicht so, dass ich nur einen Teil der Änderung durchführe und dann bleibt es im undefinierten Zustand, sondern entweder komplett oder gar nicht. Und falls diese Vorbedingungen eben nicht wahr sind, dann wird es abgebrochen und in beiden Fällen wird das protokolliert, dass man eben das später beurteilen kann. Diese Anforderungen sind recht kurz. Man kann die Version vergleichen, man kann die Größen vergleichen, man kann inhaltliche Vergleiche durchführen. Man kann auch prüfen, ob bestimmte Bedingungen oder Bereiche da vorhanden sind, aber das soll alles sicherstellen, dass man nicht so ganz freie Logs und Modifikationen definiert, sondern nur möglichst festlegt, auf welche konkrete Version man sich bezieht, dass eben da keine fehlerhaften, ungewollten Änderungen vorgenommen werden. Was können wir machen? Also wir haben in dieser Betrachtung der Dateien auch wieder diese Unterteilung in diese unterschiedlichen Blöcke, was können wir da an Modifikationen durchführen? Wir können einzelne Blöcke austauschen, wir können einen neuen Block hinzufügen, wir können Blöcke löschen, wir können was erweitern, na gut, achso, Insert ist, dass man den Inhalt austauscht. Das Ganze hat den Hintergrund, dass wir auch verschlüsselte Dateien haben und diese Modifikationen sind darauf ausgerichtet, dass eben hier blockweise verschlüsselt wird, daher kann man ein neues Objekt, also einen neuen Block im verschlüsselten Teil einfach hinzufügen, man kann auch leicht einen Block austauschen, also das hat einfach nur diese Unterteilung nach, also dass man unterstützt, dass die Daten eigentlich verschlüsselt vorliegen, weil letztlich diese Objekte können ja überall gespeichert werden, darauf hat der Speichernde ja erstmal keinen Einfluss, es wird ja auch gecached, aber dass die Operationen darauf auch in verschlüsselter Form durchgeführt werden können. Okay, auch hier ist die Unterscheidung nach Indexblöcken mit Pointers und Datenblöcken, das sieht erstmal noch alles recht ähnlich aus, also so dass wir komplexe Datenstrukturen und Verzeichnisbäume und so aufbauen können, das Interessante ist, wie die Replikate und die Änderungen durchgeführt werden. Da gibt es zwei Schritte und hier kommen diese vertrauenswürdigen Knoten dann ins Spiel. Wir haben ja einmal dieses Tapestry-Network, wo auch die Knoten bösartig sein können und wo wir eben nicht wissen, ob sie die Änderungen richtig durchführen und wir haben auf der anderen Seite eine Menge von Trusted Peers, die untereinander vielleicht verbunden sind und wir haben hier das große Netzwerk. Das heißt, der Primary Tier, also die primäre Ebene, sind die vertrauenswürdigen Knoten und der Secondary Tier, das sind alle anderen, also alle, von denen wir nichts wissen. Und jetzt wird zur Durchsetzung des Replikas, also eine Änderung können wir zwar beschließen, aber die Änderung wird nur dann umgesetzt, wenn das auch repliziert wird. Also es reicht ja nicht, dass nur wir das haben und wir das ändern wollen, sondern das Netzwerk muss diese Änderung akzeptieren. Und daher gibt es diese Unterscheidung. Einmal müssen wir die vertrauenswürdigen Knoten erzeugen und sobald die überzeugt sind, gibt es einen epidemischen, also so eine Art Flooding-Algorithmus, der diese Änderung hier in diesem unzuverlässigen Netzwerk, in dem Tapestry-Netzwerk umsetzt. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass diese Knoten eben vertrauenswürdig sind und die die Validität der Änderungen wirklich prüfen können und nur sie veranlassen beziehungsweise bestätigen, dass Dokumente auch langfristig gespeichert oder archiviert werden können. Dazu sind die sehr gut verbunden, sie können schnell eine Entscheidung treffen. Hier arbeiten, also wir kommen jetzt gleich, wie die die Entscheidung treffen, da spielt jetzt dieses mit dem bizantinischen Agreement eine Rolle. Aber jedenfalls sind die vertrauenswürdig, die können untereinander abstimmen und entscheiden, ja, diese Änderung ist valide. Die sind klein, kleines Netzwerk, die sind nicht mit Speichern belastet, sondern die müssen nur entscheiden und das große Netzwerk mit unvertrauenswürdigen Knoten, das muss dann speichern. Ich springe jetzt erstmal, bevor ich sage, wie die sich entscheiden, springe ich erstmal hierher, nehmen wir mal an, also wir wollen, wir sind ein unzuverlässiger Knoten, wir sind kein, wie die meisten Knoten auch, und nun wollen wir eine Änderung durchführen. Dann veranlassen wir, erstmal informieren wir den vertrauenswürdigen Kreis der Knoten und sagen denen, also wir sind hier ein Knoten da drin, und sagen, das ist unser Änderungswunsch und beginnen schon in diesem unteren Netzwerk die Replikate zu streuen und aufzusetzen. Die sind aber noch nicht akzeptiert. Sobald die oben beschlossen haben, ja, das ist eine valide Änderung, bestätigen sie das und erst dann wird quasi unten freigeschaltet, dass diese Replikation valide ist und hier verteilt sich das dann so eine Art Flooding-Ansatz und die Replikation findet statt. Das ist nicht genau, muss nicht exakt definiert sein, wie diese Replikation stattfindet, aber das Wichtige ist, dass erst dadurch das bestätigt wird. Und eben erst wenn dieses Argument da ist, wird über so Multicast-Tree dass nur die zielgerichteten Replika-Knoten adressiert werden, werden die Knoten informiert. Die Frage ist, wie entscheiden die sich? Und da spielt dieses byzantinische Abkommen oder die Entscheidung eine Rolle. Kennen Sie das? Byzantinische? Nee? Oh, Historien, ne? Nee, das ist immer, manchmal hat man ja in der Informatik so Bezüge auf irgendetwas, auf biologische oder literarische Aspekte. Und da gab es eben dieses byzantinische Szenario, da hatten die byzantinischen Generäle irgendeine Stadt umkreist und mussten, konnten aber nur individuell miteinander kommunizieren mit Booten, ja, es gab keinen Podcast oder so, sondern, also die hatten nur eins individuelle Booten und die mussten sicher gehen, dass sie eine Mehrheitsentscheidung finden. Und jeder hatte seine individuelle Sicht und es kann auch Verräter geben, ja, und diese byzantinischen Agreements, die gewährleisten uns, dass, wenn es eine Mindestanzahl, und zwar maximal ein Drittel, ja, genau, also maximal ein Drittel bösartiger Knoten darf es geben, dann können sie sich mit diesem Verfahren die Knoten, die verbleibenden guten Knoten auf eine gemeinsame Entscheidung einigen. Also, die typischen Ansätze sind, also, sowas, dass man eine binäre Option hat, ja oder nein, und die können nur individuell miteinander kommunizieren und müssen versuchen abzuleiten, was ist denn die Gesamtmeinung. Ja, und hier ist die Lösung nicht vorgestellt, wie es geht, weil da gibt es auch viele theoretische Ansätze zu, wer mit wem kommunizieren kann, das würde auch den Rahmen sprengen, aber jedenfalls gibt es Protokolle, die unter der Annahme, dass es maximal ein Drittel blöseitiger Knoten gibt, die verbleibenden Knoten, indem sie nur 1 zu 1 Kommunikation betreiben können, die sich eben darauf einigen können, was die Mehrheit von ihnen möchte. Okay. Genau, und das ist nur kurz angerissen, also die, und das ist eben der Ansatz, dass wenn ich als Knoten eine Änderung anrege, kann ich zwar die Replikation schon mal starten, aber erst, wenn sich diese vertrauenswürdige Menge von Knoten, diese Primary hier entschließt, dass es wirklich berechtigt ist, und das können sie eben, wenn maximal ein Drittel von ihnen bösartig sind, erst dann wird quasi das OK gegeben und die Replikation wird dann auch wirklich umgesetzt. Okay, also was ist die Zusammenfassung? Zusammenfassung ist, dass man für, genau, dass man diese verschiedenen Replikations, also so wird die Replikation umgesetzt, da wurde auch skizziert, wie Sicherheit gewährleistet wird, indem ganze Schlüssel verwendet werden, aber das Interessante ist, dass eben für diese Archivierung man Erasure-Codes verwendet, die eben die Eigenschaft haben, die kosten wenig, wenig Speicher-Overhead, aber hohe Verfügbarkeit, und die können auch von diesen Primate hier verifiziert werden, also die müssen nun bestätigen, dass das valide erzeugt und die können es auch anregen und für die anderen Daten kann man die einfachen Replikationsverfahren aus Pastry oder Tapestry verwenden und ist dann in der Lage, zwar nicht so verfügbar, die zu haben, also mit zu hohen Kosten, aber immer wieder die Daten updaten zu können. Okay. Das war es dann eigentlich schon zu der ganzen Übersicht zu den Speicherverfahren, wir sind jetzt eigentlich auch von der Zeit durch. Was wir nächste Woche anreißen werden, ist, wie ist das? So. Wir werden uns mal anschauen, wie kann man die Dienst, nicht die Dienstgüter, aber wie kann man Statistiken in Netzwerken erheben. Also wenn wir jetzt irgend so eine Million Knoten haben, wie können wir Statistiken dazu erheben, wie viele Knoten haben wir denn überhaupt im Netzwerk, wie können wir die zählen, wie können wir Durchschnittswerte zum Beispiel zum Hauptcount erheben, wie können wir Minima, Maxima erheben und das möglichst kostengünstig und präzise auch unter Churn. Das werden wir uns nächste Woche anschauen. Und dann wünsche ich einen schönen Tag und wir sehen uns nächste Woche.